Ich hab ja mal Musik an. Hallo Chat, was geht? Among Us. Hallo Grimborn Wolf. Hallo Vanessa. Das hat hier noch nie einer gesagt. Entschuldigung, Wannoh, ich hab Angewohnheiten von der anderen Gruppe. Kein Spaß. Erste Runde Impostor. Mit Darukard. Ein McLeaner. Okay. Beachtet mich nicht. Ich putz hier nur ... Entschuldigung, ich muss hier was loswerden. Im wahrsten Sinne des Wortes sogar. Wie musst du denn loswerden? Ich musste wen loswerden? Ich wurde hier verfolgt. Wir haben einen Cleaner oder wir haben einen Waldstein. Den gibt's ja auch hier. Ach ja. Ah, okay, okay, okay. Aber warum musstest du denn den Items loswerden? Nee, den muss ich nicht loswerden. Der geht von alleine weg. Nee, leider nicht. Ja, nee, ich glaub, der geht dir gern auf den Keks. Nee, ich wollte wen loswerden, aber ich glaub, die Person hat schon verstanden und hat auch gelacht. Deswegen bin ich damit ganz zufrieden. Lass mich in Ruhe. Und wenn du wen einschmieren willst, mach erst die anderen. Ich hab erst zwei. Und dann lass mich trotzdem in Ruhe. Aber dann gewinnt er doch gar nicht. Okay, also Cleaner oder Waldstein, also war jetzt wirklich kein Ding hinzusehen? Ich hab den Button gezogen. Nee, nee, nee. Ich hab noch mal nicht gesehen. Bazo, hast du Items gekauft? Wieso kommt er denn dann zu mir? Nee, leider nicht. Ich wollte auch eigentlich fragen, ist das wieder so, dass wir einfach Baloui mal raushauen? Noch nicht, noch nicht. Okay, okay, okay. Ach nee, war das Knecht? Nee, das war Knecht, die ne? Nein, nein, das war schon Baloui, aber wir haben ein Zeichen. Ich hatte dir doch eine Mail geschrieben. Es gibt ein Wort und das... Nee, 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 nee. Ach so, ja. Du hast recht da, Luca. Ja, ich weiß Bescheid. Aber auch erst, wenn mehr drin sind, damit es sich lohnt. Genau, also es ist wirklich lang. Er muss lange. Da ist doch die Neue, oder nicht? Ihr versaut mir die hier direkt. Ey, ich hab schon einmal mitgespielt, Baloui. Ja, das ist noch neu. Frech. Wieso sucht er mich dann wieder auf? Signalisiert mir irgendwie, dass ich mitkommen soll und geht dann hoch und drückt den Button und ich soll gehen? Hm? Heee? 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 Maxi, hättest du das vorher auch schon gesehen oder nicht? Hast du vorher auch live lang geguckt? Ich wollte, ich war gerade auf dem Weg zum Media, als das Licht ausging. Ich habe einen Download gemacht, links vom Kristall und als ich nach rechts gehen wollte, lag am Kristall der tote Knecht. Ich habe Licht aus dem Cargo gefixt, da kam bei Louis vom Tresor oder wie auch immer dazu, wenn ich zu Live lang gegangen bin, da war er schon tot, aber war eh kurz danach der Report, deswegen hätte ich gerne gewusst, ob der schon vor Licht aus war, tot war oder dabei gestorben ist. Er muss, also wie lange geht so ein Download? Acht Sekunden. Ja, und also bevor ich den gemacht habe, war er da noch nicht tot. Also ist das jetzt so zwölf Sekunden her, maximal. Nee, egal als acht Sekunden. Ich kann, also wenn das wirklich am Kristall ist. Ja, weil du machst ja den Download und läufst dahin, die Zeit habe ich mit eingerechnet. Also dahin laufen es eine Sekunde. Hä? Du von Download? Jetzt hat er dich. Ja, sonst passt es nicht mehr. Bleib nur einer. Im Kristallraum selbst. Links vom Kristall ist ein Download. Ach so. Und dahin zu laufen dauert keine Sekunde. Dann wäre eine Sekunde crazy gewesen, ja. Ja, deswegen innerhalb der letzten neun Sekunden. Okay, dann kann ich Maxi rausnehmen. Moment, warum? Weil Gippi auch drüben war. Ah, okay. Ich habe erst die Toiletten sauber gemacht, bin dann runter gegangen. Wie viele Leute waren denn drüben? Einfach alle. Also wenn Dalu und Maxi und Gippi und ich, dann bleiben nicht mehr so viele da drüben. Aber es war auch nur ein Kill, ne? Also irrelevant ist es immer noch, weil von uns vier ja auch immer noch einer Killer sein kann. Jaja, für den Kill. Ich kann mich selbst rausnehmen, ich war es nicht. Ich bin da wem auf die Schuhe. Ich kann mich auch rausnehmen. Auf die Schliche? Ich brauche eine Warwick-Skin. Gebe ich dir. Wer? Wer? Und warum? Pass auf den Gippi. Der Vampir? Ne, der Wehrwolf. Wie konnte sie mich nicht sehen? Leider. Ich bin gleich Wehrwolf hier, wenn das so weitergeht. Ich stand doch in ihr drinnen. Hä? Ich habe mich doch in sie reingestellt. Meine Augenbrauen sind mit ihrem Gesicht eins geworden. Du kopfizieren. Du krägst dich dann mal aus. Ich bin einfach nur aus den Griffen. Ich bin einfach nur aus, dass ich alles geäußert bin. Ach, jetzt soll ich wieder mitkommen. Dass das zeitlich hingehauen hat, war jetzt aber auch Wildchat. Das, äh, ja. Ne? Das, äh. Das, äh. Das, äh. Und zwar da, wo man gucken kann, wer schon tot ist. Weiß nicht, wie man's nennt. Unter rechts, neben Elektrikel. Ja, genau. Paului wurde auch weggewischt. A la cara pro. Das versteh ich dann aber nicht. Ist das überhaupt möglich dann? Was? Wenn zwei Kills und einer geklickt... Oh, dann haben wir einen Valscher. Es war halt recht lange schon, die Runde auch, ne? Die ging ja jetzt eine Weile, ne? Oh, Basu. Da seh ich doch noch ein paar Reste. Hä? Ich hab mir alles abgewischt. Das kann gar nicht sein. Ich hab sogar Hände gewaschen. Im Haar, links in der Strähne, ne? Ja. Das ist ein Stück Fleisch. Kai, sie hat mich. Also, unten rechts an Lifeline, sagst du, war Gipi. Mino? Hallo? Entschuldigung? Wohler, Gipi, unten links, äh, rechts Lifeline. Unten rechts Lifeline, genau davor. Also hat wahrscheinlich grad draufgekuckt und wurde in dem Moment getötet. Okay, also gespawnt bin ich mit Gipi Küche. Gipi ist nach rechts gegangen, ich bin durch Main gelaufen oben. Das heißt, wenn er angekommen ist, 30 Sekunden, dann muss er relativ früh eigentlich. Also dann muss er auf Killkodown gestorben sein. Ich hab zuletzt gesehen Basel und Records und ich steh grad bei den Handtüchern und schmeiß die da rein in den Korb. Also ich hab die Runden nur Maxi kurz in der Küche gesehen, aber das ist schon ne Weile her. Da bin ich von der Küche rüber gelaufen. Ja. Ja, genau. Ich hab nur einmal Franzi in der Main Hall gesehen. Ah. Nein, Franzi haben wir heute nicht dabei. Aber es hat auch schon ne Weile. Franzi ist grad nicht da. Ah lol, hä, warte, wer ist, die Franzi in dem Franzis gehen? Hongkork, Moment. Ah, das ist Juli, ne, hä? Wer ist Hongkork? Ich bin richtig verwirrt. Hongkork ist Juli. Juli, achso, ja, oh noll. Ciao Juli. Ich war die ganze Zeit so auf Franzi, weil die auch hier noch im Channel drin ist. Franzi war. Ich glaub auch Franzi war's. Da kam ich nicht drauf. Ich glaub, das war, ja, ich glaub, das war Franzi. Wieso killt Dalu nicht? Dalu ist heut komisch drauf. Irgendwas ist mit Dalu. Irgendwas ist heute. Ich war's. Ich war's. Ich war's. Der isst doch, der hat keine Hand zum Kehlen frei. Okay. Gut. Hallo. Ich war's nicht. Haben wir einen Ball schon? Nee, hatten wir gar nicht. Nee, ich hab halt gegessen. Du wolltest mich warlocken. Ja, deswegen hab ich auch mit ... Ich hab versucht Warwick. Ja, ich hab's gecheckt. Ich hab's gecheckt. Und dann hab ich dich gecursed und du solltest eigentlich nur rumlaufen und clean spam. Und ich hab nur ... Ich dachte erst so, warum kommt der denn zu mir, um mir danach zu sagen, dass ich weggehen soll? Mann, ich hatte Nevi als Zeitkick geschlossen. Hast du ja halt nicht. Das wär halt geil gewesen. Du hättest nur clean spam müssen und ich bin nur am kill spam. Ja. Siehst, da ist Franzi. Hi Franzi. Franzi, du warst es, obwohl du nicht mitgespielt hast. Franzi, du warst es. Ja, ich wusste das schon. Franzi hat einfach gecallt. Ja, ich glaub ich hab Franzi gesehen. Ich hab Juli-Skin mit Franzi von unten. Find ich aber gut, ja? Nicht schlimm, alles gut. In den meisten Fällen bin ich's halt auch einfach. Wenn ich kein Verdächtiger ist, dann ist immer Franzi eigentlich. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.